Musik Läubel nimmt das Bulli bleiben noch in der Angriffszone Edfelder macht das sehr gut an der Bande Läubel ah der verliert die Scheibe wieder Manuel Edfelder Edfelder schießt selber und das Tor Fabian Zink Scheibe abgeprallt von Markus Keller und Fabian Zink ist eiskalt steht in der Mitte und lässt Keller keine Chance also die Rosenheimer 4 mit 1 zu 0 Edfelder hat sich da zweimal die Scheibe zurückgeholt hat einfach mal abgezogen McQueen und jetzt die Rosenheimer mit CJ Stretch Stretch in der Mitte ist Wade McLeod der kommt nicht an die Scheibe Rosenheimer ist ja noch in Unterzahl für 40 Sekunden und da steht es 1 zu 1 Timo Erden lässt er die Scheibe durchrollen Kater Proft hat es gemacht also das ging jetzt ganz schön schnell mit dem Karneval McLeod immer noch McLeod macht das schön Beppo Frank Lindelbauer Lindelbauer und jetzt die Gelegenheit und das Tor für die Star Wars Rosenheim Dominik Daxelberger das war mehr Glück als Verstand Markus Keller beschwert sich da auch nochmal beim Spielzeuger der lag da auf dem Eis und wieder Sturm Daust Sturm Kaviola schön gesehen und das 2 zu 2 von Jean-Michel Daust der Kanadier macht den Ausgleich wieder im Powerplay zieht da trocken ab an Timo Erden vorbei in den Kasten lassen sich gerade ganz schön unter Druck setzen von den Huskies und jetzt aufpassen Riesenchance und das 3 zu 2 was für ein Fehler von Beppo Frank und das nutzen sie eiskalt aus Torschütze war Lennart Palausch Steht da und verliert jetzt müssen sie aufpassen weiter in der Angriffszone Läubel Riesenbelegenheit jetzt für Tyler McNeely Beppo Frank 30 Sekunden noch Lindelbauer auf der linken Seite Lindelbauer mit dem Schuss Scheibe immer noch nicht geklärt Lindelbauer und das Tor 3 zu 3 bis damals Rosenheim machen den Ausgleich was für eine Schlussphase 3 zu 3 24 Sekunden vor dem Ende dann machen sie es doch noch Littel 55 Sekunden noch Littel und Timo Erden jetzt gestorben vor dem Tor der Rosenheim und jetzt ist es passiert jetzt ist es passiert die Huskies gewinnen das Spiel mit 4 zu 3 die Rosenheim beschweren sich dann noch das war aber auch eine sehr strittige Szene aber das Tor zählt die Stavuls verlieren mit 4 zu 3 2 2 2 2